Ladies and Gentlemen, ihr werdet es nicht glauben. Dieses Video und vor allen Dingen die Peatsmeat Photo Challenge, bei der ihr, wenn ihr teilnehmt, einen richtig fetten, geilen Fernseher gewinnen könnt, sind gesponsert von unseren guten Freunden von Sky Ticket. In der Videobeschreibung findet ihr zwei Links. Über den einen Link kommt ihr zu der Peatsmeat Photo Challenge, bei der ihr teilnehmen könnt und einen 65 Zoll 4K Fernseher gewinnen könnt, sponsert bei Sky Ticket. Und über den anderen Link kommt ihr zu einem exklusiven, fantastischen Angebot. Denn wenn ihr noch heute bestellt, dann könnt ihr zwei Monate lang Sky Ticket für 4,99 Euro schauen. Ab morgen dann einen Monat für 4,99 Euro. Immer noch gut, aber besser wäre sofort. Die Aktion ist natürlich, weil aktuell die dritte Staffel von Westworld läuft. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, mich hat die erste Staffel komplett weggeflasht. Die Grundidee ist, es gibt einen Freizeitpark in der Zukunft. Und das so in den heutigen Animatronik-Sachen, sag ich jetzt mal, aber die Roboter der Zukunft sind quasi wie Menschen. Die erfüllen den Besucher des Parks jeden Wunsch. Ist für mich zwar dystopisch, aber auch gleichzeitig ein bisschen geil. Aber alles entwickelt sich weiter. Und so langsam aber sicher entwickeln diese Roboter im Freizeitpark menschliche Gefühle. Und davon läuft aktuell die dritte Staffel. Ist natürlich nicht das Einzige, was ihr sehen könnt bei Sky. Könnt ihr auch sowas wie Game of Thrones gucken oder The Walking Dead oder The Outsider. Also das Programm ist schon ziemlich gut. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Registrieren. Sofort anfangen zu streamen, nachdem ihr dieses Video gesehen habt natürlich. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, easy, monatlich, kündbar. Danke Sky, danke euch. Viel Spaß bei GTA. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Mit einem aus dem Team Peetsmeet. Wir hatten die so eine ähnliche Challenge schon mal oder genau die gleiche schon mal. Heute versuchen wir in Pools zu springen. Und ich versuche gerade den unseren ersten Pool am Arsch des Helis zu halten, damit ihr wisst, welches unser Ziel ist. Ich sehe das Wasser nicht mehr da drin. Der ist ausgetrocknet. Das ist der vaporisiert. Er ist immer hinterm Heli quasi der. Der ist so ein ganz kleiner. Oh mein Gott, ich trudel. Bram ist viel zu, das geht gar nicht. Bram ist voll weit weg geflogen. Das geht easy. Das geht gar nicht, natürlich geht das. Wie lenke ich denn da? Nein, ich habe Fallschirm gezogen, was? Oh shit, das geht, ah! Nein, nein, nein. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Nein, ich bin daneben. Der war viel zu weit weg. Quatsch, das hat schon noch easy funktioniert. Ich lag neben dem Pool. Ich bin drüber geflogen. Hä, wieso ist meiner dann nicht mal bis zur Straße? Bei mir nämlich auch nicht. Keiner getroffen? Keiner getroffen. Okay, ja, das war ja der einfache Pool, ne? Das war der große, ja. Der ist super, oder? Der ist super. Der kleine? Nee, nicht der linke, der große. Der, 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 der. Der, der jetzt genau unter uns. Den meine ich mit der kleinen. Also der hier. Ja, ja, ich weiß nicht, wie du willst. Dann ready to pack? Ja, dann sprich raus. Christian, gönn dir. Viel Spaß im Pool. Oh mein Gott, fliegt der Waldeck. Wo ist denn der hingeflogen? Oh shit, Alter, wo ist der Pool hin? Da. Das ist ja seit rechts rausgeflogen. Oh mein Gott, der klatscht voll. Der klatscht voll auf den Berg auf. Okay, Jake, go, go, go. Ähm, unser Aufschauber geht aus. Okay. Ähm, Bram, ich springe. Oh, warte, ich kann mich an den Pool stellen. Okay, ich gucke. Fallen wir gerade? Wie komme ich denn nach vorne? Fallen gerade. Ich spring auch mal raus. Okay, wir alle raus. Ich spring auch raus. Oh mein Gott, was soll das denn? Ich gehe schon mal einen neuen holen. Nein, oh, ja, Leiche ist im Pool. Lala, ich bin meine, ich spüre. Ah, das war fast der Kleine, Mann. Ach, schade. Easy. Ja, nice. Jaren, Punkt. Ich bin gegen den Zaun oben geknallt und meine Leiche ist in den Pool gelandet. Ja, ist ein Punkt. So, den hier? Der, okay. Der Kleine hier mit dem Runden. Ja, da, wo wir drüber schwimmen. Mit der komischen Ecke drin. Ja. Ja, wo wir drüber, da, wo wir jetzt das Wasser... Also welchen meinst du jetzt genau rum? Der mit dem Herz? Den vor uns. Den vor uns. Das ist dieser kleine Pimmel da, ne? In dem großen Pimmel. Hast du ihn verloren? Nee, das ist aber der kleinere von den beiden, ne? Wo ist denn der große? Daneben ist doch ein großer. Also auch so eine große Rummel. Drei, zwei, eins. Tschüss. Weil wir springen jetzt in Ego. Alter, das wäre crazy. Nee, ich hab verpasst, weil man besser auszieht, wie man aufklatscht. Weiter nach vorne. Nein, weiter zurück. Zu weit. Und? Nee, Jay, Jay. Go, 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 go. Bail out, bail out. Okay, okay. Jay springt links raus. Mal gucken, ob das ein Vorteil ist. Alter, der fliegt voll gut. Ich hatte ihn kurz verloren, wo ich hin musste. Ich seh den Pool schon gar nicht mehr so klein, wie der ist. Guck mal die Welt an, wie schön ist denn der? Ey, Bram, du musst halt gleich alles wieder runter. Ich stehe im Pool. Wo bleibt der denn? Fliegt Jay immer noch? Ja. Wo sind wir denn zu zweit? What the f- Da bin ich im Pool drin. Der hat's schon da gemacht. Der hat den gemacht. Easy game. Stimmt, der ist genau in der Mitte gelandet. Oh, ha? Aber sowas von in der Mitte. Wie bist du denn so langsam geflogen? Krass. Okay, ich geh mal raus. Ja, wo war der denn jetzt? Jetzt hat er sich gedreht. Oh mein Gott. Der ist immer noch vor uns. Nee, nee, ich hab mich gedreht. Achso. Na, okay. Äh. Geronimo, oder was sagt man? Also ich glaub, er ist schon ein bisschen zu weit geflogen. Ja, ich flieg ja eine halbe Stunde hier. Ich flieg hier so ewig. Da vorne steht, glaub ich, einer. Oh mein Gott, ich muss mich drehen. Oh mein Gott. Nee, links. Wo ist der denn? Da ist er. Nee, oh Mann, fang wieder daneben. Okay, dann sprecke ich raus. Oh, wie er aussieht. Uiuiui. Ich hab die ganze Zeit drauf geguckt und dann, wenn du aussteigst, verlierst du dir echt. Ja, ach doch, die Kamera dreht sich da. Oh, ich hab mal jetzt, aber ich hab. Ich seh Peter nicht. Nein, Hilfe, Peter, wir stehen zu zweit daneben. Was ist der denn? Da, da kommt da geflogen, ein Flugzeug. Ah, er hat getroffen. Nice. Aber da klirrt doch, also ich mein, wunderschön, Peter, noch so die Ecke mitgenommen, weißt du. Holy shit, Alter. Da ist mein Körper aber jetzt. Das hast du aber schön geschafft. Ja, auch einen Punkt geholt. Für Peter und für Jay. Nice. War ja einfach. Wollen wir kleiner, das. Noch kleiner? Oh Gott, nee. Wollen wir kleiner. Also die Niere hier vorne. Der ist auch noch kleiner, oder? Ja. Der Doppelte jetzt unter uns. Ja, genau. Soll ich dir wieder zeigen? Horrorbrille. Ja, zeig mal bitte, welchen Herzen. Nee, mach mal nicht, den Gebauer. Oh Gott. Der hier. Okay. Okay, das große, viereckige, rötliche Haus. Mhm. Die kleine Niere. Kann man doch gar nicht verlieren. Ja. Nee, nee. Dann Bail out. Tschüss. Ciao, Christian. Guten Flug. Ja, ich geh mein Ego. Oh je. Alter, der drückt ja voll ab. Nicht da hin. Alter, das ist der falsche Pool. Ja, der fliegt ne Kurve. Ja, echt. Das ist Superman. Oh, das könnte er noch schaffen. Komm, Schott. Nein, ich fliege ihn auch daneben. Na, knapp. Dann Jett. Begleitet wie ein Engel. Aber wirklich. Schalalalalala. Der ist sicher. Als ob. Lalalalalala. Was machst du denn? Was ist denn da los? Was machst du denn anders? Wir freien mich auch gerade. Natürlicher Skill. Natürlicher Skill. Hey, keine Ahnung. Einfach springen und zielen. Echt? Das ist okay. Was soll man daran werden machen? Oh, oh, ich komme von der falschen Seite. Naja, ich versuche das halt auszugleichen. Bäm, jawohl. Voll rein in die Olga. Links, rechts, links, rechts. Okay, das große, viereckige. Points for Zapier. Scheiße, wo ist es? Ah, da. Jeder da auf der Map? Jeder, wir stehen da hier. Ja, ich habe es jetzt auch gefunden. Mich noch nicht ganz, aber da ist Peter. Oh, shit. Nee, dann hatte ich drei. Er hat nicht den Baum. Hast du einen Heimstand gemacht beim Ruderfeil? Du hast zumindest nicht gewollt. Scheiße. Okay, damit ist Jay bei drei und Sepp und ich bei einem, oder? Oh, shit. Ich habe schon unseren nächsten Pool. Wo landet der Mann denn da unten? Hey, wieso geht mein Kopfgeld nicht weg? Okay, how much are you putting down? Oh, shit. Fahndungslevel ist nicht Kopfgeld, Peter. Nee, Kopfgeld aussetzen habe ich angeklickt. Ja, aber das ist der Fahndungslevel nicht. Das ist das, was mir auf der Kopfgeld in Höhe von 1000 auf mich gesetzt. LOL, das war ich nicht. Das war ich nicht. Nein, nein. Da steht da. 1000 Dollar wurde von Peatsmeet hier auf der Fahndungslevel eingegangen. Das steht aber serverweit auf, ja. Das war ich nicht. Okay, pass auf. Ich wollte, dass die Polizei mich nicht mehr verfolgt, aber stattdessen habe ich ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, ja, und er dachte, du suchst dir einen anderen Sündenbock, ne? Das war an Versehen. Ich habe wild auf die Tasten gehauen. So einen kleinen Jacuzzi hier vorne. Ja, der sieht doch super aus. Neben dem Baum. Ja, ist ja riesig. Ja, ansonsten. Neben dem Baum. Oh, Bram. Oh mein Gott. Vielleicht das zu einfach ist? Nee, das ist okay. Wenn wir hier den kleinen. Ja, da sehe ich uns doch viel eher. Also nur das, ne? Von dem Ausrufezeichen nur der Punkt quasi. Ein kleines Stück, ach du Scheiße. Nur den Kreis. Nur den kleinen Kreis. Easy. Easy, oder? So, Wasser ist weg. Bailout, Christian. Alles klar. Ach, da ist der. Ach, du Kacke. Er fliegt ja voll gut. Oh, oh. Kannst du ihn noch erkennen? Ich kann ihn nicht mehr erkennen. Ja, ich kann ihn noch erkennen. Ja, schon ganz klein, aber ich klatsche auf der Straße auf. Ja, glaube ich auch. Oh, er dreht, glaube ich. Ich bin genau daneben gelandet. Nein. Ja, das ist er. Ach, nö. Fuck, wo ist er hin? Jay fliegt erstmal in die andere Richtung. Finde ich gut. Ich finde den Pool nicht mehr. Wo ist der? Da ist er. Oh Gott, nein. Das schaffe ich nicht. Ich habe den Pool vercheckt. Fuck. Okay, ich lande einfach im Poolgrasklatsch. Oh mein Gott, ey. Das Einzige, was Jay besiegen kann, ist er selber. Oh Mann, ey. Okay. Wo war der? Jetzt muss ich aber selber den noch kriegen. Ja, da ist er. Ich habe den voll aus den Augen verloren. Hier, Jay. Hier ist er doch. Oh mein Gott, ich muss drehen. Oh mein Gott. Nee, aufhacken ihm das Grundstück. Ach komm. Ja, dann Peter. Ah, das war vorhin wohl nicht besser. Ich habe mich auch gelandet. Ah, da kam ich nicht nach vorne mehr. Ne, ne für ne Kacke. Ich bin schon schwer, das Grundstück zu treffen. Boah, Peter, wo du fliegst du hin? Alter. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ist ja doch eigentlich doch ganz gut. Oh nein. Oh. Christian, ich habe nur gehört, kleiner Tipp. Und dann hast du aufgehört zu reden. Das frägt nix. Okay, da hat keiner getroffen, ja? Nee. Das ist richtig. Machen wir den doch nochmal, oder? Ja, okay. Oi, 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 oi. Alter. Das war knapp. Oh, da hat nix passiert. Ja, mal gucken, wo meiner jetzt hinläuft. Hä, wo laufst du hin? Nein, ich bin nicht. Ah! Hier springt jetzt die Brust zu. Er will mir selbst mal begehen. Oh mein Gott. Okay, bin drin. Okay, Christian. Bail out. Bin schon unterwegs. Uh, Alter, wie weit der weg springt, der Typ? Ja, wirklich, er hat sich richtig abgestoßen. Ja, so 100 Meter erst mal weggejumpft vom Flieger. Oh, der sieht gut aus. Ja, der sieht wirklich gut aus. Oh. Jetzt noch nach vorne. Ach, komm, jetzt hat er... Alter, wie der Gas gegeben hat. Bist du dran? Er ist noch ein Stück nach vorne gegangen. Oh nein. Oh nein. Ich ziehe gerade auch. Ah, Jay springt nicht weg, weißt du? Er hat sich einfach nur gefallen. Er fällt einfach wie so ein Stein. Ja. Oh, jetzt gibt Jay Gas. Oh, jetzt... Jetzt dreh da seine Ründchen. Ich seh den schon gar nicht mehr. Ich find das voll krass, dass ich ihn noch sehen kann. Und? Ja! Getroffen, Junge! Ach, easy! Easy! Ach, komm, ja, ich gönn mir mal hinterher. Mit Köpper hab ich ihn gemacht. Mit Köpper. Ha! So easy. Oh, wo ist denn jetzt der scheiß Pool? Wir wissen, wo das Haus ist. Ähm. Nehmen wir jetzt eine Wasserflasche. Aber es ist genau unter mir. Okay, deshalb seh ich es nicht. Ich bin so fett. Oh mein Gott, ich fall einfach drauf. Oh Mist! Nein! Nein! Einen Meter! Nein! Das ist für mich. Ach, komm. Das war so knapp. Okay. Gibt's hier noch ein Wasserglas? Falscher Pool! Scheiße! Oh nein! Was? Das eckige Haus, Peter. Ja, ich war nur nicht in dem Kleinen. Ich war in dem Großen direkt daneben. Ach so. Oh mein Gott. Alter, ich werd voll überfahren. Holy shit. Während ich am Telefon war. Oh Mann ey, Jay, wie machst du das, du alter Trixer, du ey? Keine Ahnung ey, das ist voll ja ein Schieder. Ja, mit W-A-S-D. Und der Maus. Ich spiel mit dem Controller, du Penner! Ja gut, er ist selbst schuld. Wie war das mit dem Eckigen hier? Oh, der kleine, eckige. Ach du Scheiße, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine Fußdusche oder was ist der? Weiß ich auch nicht, Gott sei Dank. Oh mein Gott ey. Das ist ja der Sonnenschirm noch größer. Ein kleiner, eckiger Pool. Oh mein Gott. Könnte man machen. So, Wasser ist weg. Go, go. Ja. Fly, fly, fly to the moon. Das ist halt geil. Warte mal, da, da, jetzt eine kleine Vier, kann man erkennen. Fällt aber gut. Wir haben einfach nichts. Ich glaube, die Richtung ist jetzt auch relevant. Ich bin in den anderen Pool gefallen und zwar genau auf der anderen Seite. So eine Kacke. Oh Mann ey. Da war wieder ein Meter nur. Dann, Jel, dann zeig uns mal, wie geil du bist. Du hast das Wasserglas. Gucken wir mal. Also ich glaube, viel kleiner geht auch wirklich nicht. Ne, Ron, jetzt nicht. So, jetzt sind wir schon mal über dem Haus. Los. Oh, drehen. Drehen. Bisschen nach vorne. Ein bisschen. Nein, der Regenschirm, Sonnenschirm hat mich gestoppt. Oh Mann, ich fliege genau an der Engel. Okay, time to shine. Der Regenschirm. Der hat das Spiel gerägt. Der Regenschirm liegt jetzt über dem Pool. Der verdächtigt jetzt komplett. Du hast den Schirm abgemacht. Scheiße. Du kannst doch noch durchfeilen, aber... Nee, das war der Falsche. Oh, ich kam nicht mehr nach vorne. Oh Mann, das war so nah. Oh Mann. Ich glaube, das hätte ohne den Sonnenschirm geklappt. Bei mir ist der Sonnenschirm, aber immer noch an der Ordensstelle. Der liegt bei mir über den... Das ist Klein-mäßig. Oh Mann. Scheiße, ich finde das... Da! Peter, wir stehen daneben. Ja, ja. Der verschiebt gerade hier den Sonnenschirm. Wo ist der denn hin? Wo ist Peter? Ich liege direkt neben euch. Nein, der ist keiner getroffen. Ich würde sagen, finalen Runde machen wir den nochmal. Finalen Runde nochmal. Okay. Christian, du schaffst das. Auf geht's. Wir drehen aber ganz schön seine Runden jetzt. Das reicht nicht. Schade. Geht's, ey. Komm, Jay. Flieg und Sieg. Zeig uns, was möglich ist. Jetzt bin ich sogar für dich, obwohl du mein Kontrahent bist. Obwohl, dass du das schaffst. So. Der Schirm ist back! Na, der Sturm steht hier drin. Ja! Jay hat's geschafft. Ist ein Riss, Jayce! Ich komme, ey. Okay. Ich spring auch mal. Okay, immerhin hat Jay's geschafft. Das finde ich schon mal mega cool. Können wir uns nochmal sagen hier. Ach nee, die zweite Flare würde ich ignorieren. Die erste ist besser. Oh oh. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme schreck. Ich komme schreck. Nein! Nein! Schaut wieder ab! Oh Mann, das ist fast die kleine Stau. So ein Federer. Ah, so ein Mähler. So ein Mähler. Einfach zu flair. Jay, den kannst du nicht abhauen. Oh, das war zu weit! Oh, nö! Scheiße! Oh Mann, ey, dieses kleine Klo hier sollte man treffen. Ja, GZ, Jay, dass du das geschafft hast. Ja, ich muss auch mal sagen, Jay hat uns hier definitiv deklassiert. Also auch gewonnen, stark. Und da kam niemand, auch nur ansatzweise, ran. Nö. Ah, okay. Das war mal wieder eine GTA Online Challenge mit einem aus dem Team PietSmiet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!